Hallo Leute Herzlich Willkommen beim Let's Play Sozusagen ein Testvideo vom COD Ghosts auf dem neuen Notebook Und wie ihr seht kann man schön flüssig gainen Einfach nicht in hohen Details Wir haben dann 4 GB RAM im Single Channel Der Feind hat feest Der Feind hat feest Subcom bereit Wir verlieren Charlie Wenn wir ein zweiter RAM regeln wären Dann hätte ich vermutlich etwa 50% mehr FPS zum Gamer Dann könnte man davon ausgehen Dass man fast 60 Bilder pro Sekunde erreicht Bravo wird gesichert Das ist noch recht gut im Sinne Das finde ich sehr gut Ich finde auch immer zu sehen Alles die beste Einsatz bereit Schliebe sicher Der Feind hat feest Der Feind hat feest A wird gesichert. Wir verlieren Sieg. Der Feind hat Alpha. Wir haben C verloren. A wird gesichert. Weibliche Satz kommen gesichtet. Weibler gesichert. Fahrhof ist gesichert. Weibler gesichert. So, jetzt müssen wir nochmal einen anderen Sturm gehen. So Leute, das war's. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Eindruck machen. Wir verlieren Alter. Like und abonnieren nicht vergessen. Bis dann.